Also ich bin super gespannt auf den heutigen Sprint der Damen. So viele große Namen haben aufgehört. Martina Beck, Simone Hauswald, Kathi Wilhelm, Sandrin Bail. Wirklich viele Leute, auf die man einfach setzen konnte. Und jetzt hat der erste Weltcup in Östersund gezeigt, dass man eigentlich nicht unbedingt mit dem Podium vielleicht von einer Miriam Gößner gerechnet hätte oder dass Kaiser Mekarainen sich endlich durchsetzt. Wohingegen ich schon denke, die Lena ist back. Die wird definitiv hier in Hochfilzen was reißen. Und ja, Helena Eckholm, Anna Karin Siedek, die Schwedinnen. Ich bin gespannt, wie sie sich hier durchsetzen. Denn ich denke, der erste Weltcup der Saison, der wird nicht immer so aussagekräftig sein.